Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Online. Wir waren hier gerade noch geschlagen. Das ist ein Trenner Level-Up. Gut. Hör mir auf, genau. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar hier zu leveln bei den Subjekten. Nicht mehr weit, dann können wir die 100er abgüssen machen. Also können wir jetzt schon. Ja, aber ich mache mich schon nach 10. Weil wir müssen nicht das weit mehr hinlaufen. Obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Weil wir gleich danach, glaube ich, eh ins Labor gehen. Wenn ich da eine Gruppe habe oder nicht. Werden wir sehen. Ja, was wichtigste ist, jetzt erst mal eine Waffe noch zu bekommen. Gut oder schlecht ist mir egal. Nur kein NPC, bitte. Aber im Moment sieht das nicht so gut aus. Gut. Kumpen und die Mieter sehr leise nach sie jedoch jeder wenn ich das so sagen sich als Steine sind dafür da dass man Waffen aufleveln will nicht kaputt gehen oder schneller aufleveln oder nicht abstufen der Protonier überwiesen und so gut das ist so gut knapp zu löffeln ein kleines Mohnen da kommen Sollte jetzt ein bisschen noch ein Einhand droppen. Und wir haben ganz viele Dingenspoints hier. Muss ich mal alles gleich mal machen. So, hier runter laufen. Hier hin. Und zack. Dann bin ich schon halt acht. Da, bei Dooms. Ah, hundertachter, zwei Hands. Das würde hier jetzt nicht gerade... Oh. Ein hunderter. Oh, mit Int. Naja, wie gesagt, besser als im PC. Bei Green macht glaube ich auch immer ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist ja absoluter Bullshit. Ja. Das ist jetzt nicht so tragisch. Also. Ja, kommt alle her. Zack. Na komm, bitte noch ein Einhand. Klauen. Duberstaub. Ja, Mann. Hm. 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 Hm, hm, hm. Meck ganz okay. Ist so Vanille. Ist mein Lieblingssorte. Ein paar Klumpen drin, aber... Naja. Da hab ich mal gleich Schokoladen bringen sollen. So. HP. Ach, der letzte. Zack. Hundertzehn. So, jetzt müssen wir schon so nachkosten müssen wir hier und dazu diesen Firestone. Ähm, ja. Aber hunderter ist scheiße. Kann ich mir lieber einen PC kaufen. Aber es kostet hier so viel Geld. Ach, mal gucken. So. 25. Gibt's da... Ach, gibt's da von der Hälfte? Nee. Ich mach erstmal 12, 12. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Okay, dann zieh ich hier ganz durch. So. Okay, das passt schon. Ähm, gleich mal zum Lager und die paar Sachen hier wieder ablegen. Jo. Noch nicht mehr ein bisschen falsch gelaufen. Zack. Mhm. Hm. Das ist echt so, schmeckt echt gut, bis auf die Klumpen. Diesmal schmeckt mega ecklig. Hm. Hm. Das ist ja... Es und dringend ein. Zack. So. ich weiß nicht wann das video sieht dann nächsten woche dienstag mittwoch und hier sollte aufnehmen aber schon wieder also haben wir immer noch donnerstag und dann nächste woche sieht man das erst okay dann war ich bei den beiden jetzt muss ich in die Mitte lupen was ist das noch ein Eleport okay das brauche ich ja gleich ich bin 110 und ich habe kein bach drin kann sagen weil ich habe jetzt weniger hp als mittelbesicht hatte so ein bisschen so ein bisschen diesen blauen kuh davon entlaufen zu das da zu dem blauen kuh bei dem kuh über dem kopf kuh für quest würde ich jetzt mal sagen siehe keinen anderen grund da grund keinen anderen dingens kacke da dafür und so ja ja irgendwie sowas so ist noch zu diesen der Weg 670 ist da wird um Auch Äh, ach ja Eicy Wind Was mit der? Wattulieren Hm, wo mich hier Da 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 Ich muss nach Ruhmeln So Da, kommen wir mal zu Kösti an Brauchst du hier nichts? Okay, das war komisch, jetzt piepen Hab ich ein bisschen erschreckt, aber passt schon So, bei Miesing können wir direkt zum Lager Ja 2.3, wenn ich nicht mehr brauche Das nicht, das nicht, das nicht Wenn ich mir noch, aber ich glaube nicht Brauchst du auch nicht Nein, 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 nein So, das ist alles Hm, hm 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 Na, alles kann müssen warten noch Die Hose wenn überhaupt Äh, ja Ja Ja, mehr habe ich gar nicht So, aber dann muss ich nach Elterline, Elterline, Elterline Elterline, Elterline Elterline Zu diesen Lord Elberma Da oben Wo? Kleiner Ruckler Hm, ja Hm, hm, hm So, hier bin ich auch fertig Das heißt, ich kenne Oger Einer meiner letzten Male jetzt ein O, oder? Habe ich jetzt alles Oh, ja, doch Ja, ich kann ja wieder ein paar Questen machen Und sowas hier Für Ruhm Den man nicht braucht So, jetzt muss ich nochmal nach Elterline Und zwar dann nach Nebewald Der ist ja nicht mehr als Elterline Der ist noch aufgespart Ich habe keinen Bock, wann Nebewald hier nach Elterline zu laufen Die Euro Wie, weil Was? Ganz komischer Name Nelly A, B, C D, F, G H, I, J K, L, M, N, O, P Mann, dovele X Ignoranz So, siehst du so raus, Mädel Cinebio Naja, ok Wie ist mein Skinny, das ist eigentlich schon Ok, fast noch die Hälfte Ah, geht eigentlich Bei mir ist das so Die 65.000 Dura-Dinger Gehen bei mir schneller kaputt Als die 25.000 Verstehe ich immer nicht Oh, my way So Da gehe ich mal kurz herunter Und dann kaufe ich mir schon mal meinen 100er Skill Äh, Knight Da Mhm Quest Complete Jep Ok, jetzt sage ich nochmal nach Albastol Nochmal kurz in die Mitte Und dann nochmal kurz die Schusschleine machen Dann bin ich fertig Einmal drüber loben Dann Have East's Geschäft Ja Dann Heiß geschafft Ja Ja Dann Enserstein Zack Und Und Oh, Hecker wurde getötet Das ist so ein Weltenboss Wo ich das Schild auch herhabe Also ich hab selber nicht gehört Das ist so ein Weltenboss Ich hab sie gekauft Ich hab sie gekauft Von der Gradzeit Und ja Zack Zack Ich will ein Neid werden Ja 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 So Ich hab sie Ja Ja Ich hab sie Ja 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 Gut, dann würde ich mal sagen Sehen wir uns in den nächsten Part Schalt wieder ein Wenn's heißt Ich möchte Fiesta spielen Tschüss 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 Tschüss